Erst mal zur Ruhe kommen, mich einfach darauf freuen, nach Hause zu fahren, zu meiner Familie, Freunde und mir einfach mal entspannen und auch mal ein bisschen krachen lassen. Ich bin meistens gleich am nächsten Tag oder am Tag zwei danach unterwegs in Urlaub und wir haben unser Heimprogramm, wo wir immer unsere Trainingseinheiten absolvieren. Aber dieses Jahr bin ich auch ein paar Tage in Salzburg, in Österreich wieder. Well, not straight after, because the day after we still have Regeneration and Meeting, but yeah, we travel straight after that and we're going to the Maldives, so we're going to spend the vacation there. Ja, ich fliege nach Brasilien und mache meinen Urlaub mit meiner Familie und Freunden. Ja, so. Ja, ich weiß noch nicht genau, aber wahrscheinlich fliege ich irgendwo mit meinem Freund oder mit meiner Familie. Nach dem letzten Spiel werden wir den Sieg feiern, werden wir mit der Mannschaft Weihnachtsfeiern, den Sieg feiern und das ein oder andere Glas trinken zu einem positiven Herbstabschluss und da freuen wir uns schon alle drauf. Erst einmal ein bisschen relaxen, vielleicht schauen wir ein spielender Premier League an und dann geht es nach Dubai. Überall Silvester. Ja. 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 Ja.